Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute nach der langen Pause wieder von Philosophie erzählen. Genauer gesagt über einen Typen namens Platon. Na, dacht ihr schon, ich hätte dieses Projekt aufgegeben? Nein? Gut so, denn ich habe genau das Gegenteil getan. Ich war sehr fleißig und habe für euch 32 Folgen zu Platon vorbereitet. Ja, ihr habt richtig gehört, 32 Folgen. Und vielleicht ergibt es sich unterwegs, dass ich sogar noch die ein oder andere Folge einschieben muss. Natürlich ist das ein gewaltiger Sprung von vier Folgen zu Sokrates auf 32 bei Platon. Aber das muss so, denn Platon ist nicht bloß der erste Philosoph, von dem wir fast das komplette Lebenswerk überliefert bekommen haben. Er war auch ein verdammtes Genie und ich hatte ihn in der Sokrates-Staffel nicht ohne Grund, den Philosophenkönig genannt. Platons Bedeutung für die westliche Philosophie lässt sich gar nicht überschätzen. Der Philosoph Alfred North Whitehead brachte dies einmal prägnant mit folgendem Satz auf den Punkt. Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht. Platon ist für die Philosophie das, was Pelé für den Fußball war, was Michael Jordan für den Basketball, Churchill für den Zweiten Weltkrieg, Leonardo da Vinci für die Kunst, Counter-Strike für die Ego-Shooter, Tempo für die Taschentücher oder Sascha Lobo für die Netzgemeinde ist. Es gibt Philosophen, die ich lieber mag als Platon, aber es gibt keinen Philosophen, der wichtiger ist. Einige Fachmenschen schätzen Aristoteles Beitrag zur Philosophie noch höher ein, aber niemand kann bestreiten, dass schon Ari viele seiner Theorien als Antwort auf Platon entwickelt hat. Wir werden bei weitem nicht alle philosophischen Themen hier angucken, mit denen Platon sich auseinandergesetzt hat, aber wir werden die wichtigsten Stationen nacheinander kennenlernen und ihr werdet sehen, wie ein ums andere Mal Platons geniale Gedanken der Ausgangspunkt waren für Debatten, die bis heute anhalten. Ich werde erzählen, was wirklich hinter Klassikern wie dem Höhlengleichnis und der platonischen Liebe steckt. Wir werden Platons Beitrag zu den drei großen Disziplinen der Philosophie besprechen, der Erkenntnistheorie, der Ethik und der Ästhetik. Wir werden eingehend die bahnbrechende Ideenlehre von Platon anschauen und ich werde Platons politische Philosophie hart kritisieren. Wir werden sehen, ob es Platon gelingt zu beweisen, dass die Seele unsterblich ist oder dass Gott existiert. Ich werde seine Sprachphilosophie, seine Schriftkritik und sogar so etwas Abwegiges wie den Atlantos-Mythos unter die Lupe nehmen. Aber beginnen möchte ich in der nächsten Folge, wie ich das schon bei Sokrates gemacht habe, mit dem Lebenslauf. Denn schon der ist so kurios, dass ich nur auf eine Verfilmung durch die Cone Brothers warte. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich euch das nächste Mal von dem Leben Platons, dem Philosophenkönig erzähle.